Viele Frauen, aber auch auf normale Menschen, einfach hineingesprüht in die Menge von Menschen mit natürlich Verletzungen. Ja, hier, früher, da, dort, da vorne. Polizei. Alles angemeldet, auf einmal macht die Polizei zu. Die Polizei hat die Straße geschlossen, obwohl es mit der Polizei kommuniziert wird, wo wir gehen. Und es ist akzeptiert. Sie hat es geschlossen, hat die Leute geschlossen, hat das Pfeffer in die Augen, dass die Leute in der Horte in der Horte in der Horte in der Horte in der Horte.